Gott so grüße alle Freunde aus Waltraub und nah und fern. Wir begrüßen euch, das mittelalterliche Gaudium zu Waltraub vom 26. bis 29. Mai. Wir möchten gerne, dass ihr redlich dann teilnehmt an diesem schönen Mittelalterfest. Es gibt viel zu sehen, viel zu essen und ja, alles andere werdet ihr dann auf dem Markt erleben. Lasst eure Füße zu uns kommen, natürlich mit dem Rest auch. Ich danke und sage Gott zum Gruße bis dahin vom 26. Mai bis 29. Mai in Waltraub im Moselbachmarkt. Jubel! Jubel!